Und es begab sich, da Jesus alle diese Bühne vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zwei Tagen Ostern wird, und des Menschensohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuzige Türme, da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrte und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da ist Kaisers, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen grifften und büteten. Sie sprachen Amen. Ja, nicht drauf, was fest, ja, nicht drauf, was fest, auch das nicht ein Wachung, auch das nicht ein Wachung, ein Wachung, Herde im Volk. Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Nardenwasser, und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, fuhren sie unwillig und sprachen. Und zum, und zum, den ist dieser Urrat. Und zum, und zum, den ist dieser Urrat. Und zum, den ist dieser Urrat. Und zum, den ist dieser Urrat. Da, was Jesus merkte, sprach er zu ihnen, Was bekümmert euch das Leib? Sie hat ein gutmerk an mir getan. Ihr habt alle Zeit armen bei euch, Mich aber habt ihr nicht allzeit. Dass sie dieses Wasserrad auf meinen Leib gegossen, Hat sie getan, dass sie mich zum Grabe bereitet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Nur dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, Da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, Was sie getan hat. Amen. Amen. Amen.